Es gibt wenig Sachen auf der Welt, die ich hasse, zum Beispiel mit Tag arbeiten. Und nachdem ich das überhaupt nicht mag, habe ich mir heute meine Nachbarin, die Karin Walder ausgeliehen von Hirbelbauer, sie macht die Buschenschonk 400 Meter von uns weg und ist eine begnadete Köchin und macht natürlich so Arbeiten wie die, die ich leider überhaupt nicht mag, aber ist egal, ich bin ein Fleischkoch. Karin, schön, dass du heute bei mir bist. Gerne. Reinling ist vor Urzeiten oder vor langer Zeit eigentlich immer nur gemacht worden zu speziellen Anlässen, zu Weihnachten, zu Ostern, heutzutage ist es auch sieben Tage Woche, am siebten Tage Sonntag, da macht man halt den Reinling für die Familie oder für wen auch immer zum Verschenken. Den Reinling isst man bei uns auch zu der gelben Suppen dazu. Genau. Aber du bist heute für den Reinling zuständig. Ja. Und unsere Zuschauer sollen ja sehen, was in einem Reinling drinnen ist und wie er gemacht wird und das machen wir heute. Und die KM wird jetzt erklären, wir haben ja da mehr oder weniger das Buffet für die Rezeptur aufzubereitet oder hergerichtet und die KM wird uns jetzt erklären, was sie vorbereitet hat, wie sie diesen Tag gemacht hat. Ich habe einen kalten Germteig, habe ich gestern Abend schon vorbereitet, ist meine Zubereitung. Nach jahrelanger Arbeit bin ich auf das. Gibt es einen warmen Germteig genauso? Ja, den macht man, also der ist im Kühlschrank gemacht worden. Okay. Einen warmen, den macht man in der Küche und schaut, dass er auf dem warmen Ort ist und den schlägt man sehr oft. Der kalte Germteig wird noch einmal aufgeschlagen und kommt in den Kühlschrank und der arbeitet sich den ganzen Abend durch und dann früh tue ich ihn raus aus dem Kühlschrank und schlage ihn noch einmal auf und dann ist er eigentlich fertig und wird ganz feindbarig. Also das ist meine Art. Und jetzt weißt du genau, warum ich das nicht mache? Das ist alles zu viel Arbeit. Das ist gar nicht viel Arbeit, den machst du auch einmal schlagen und ja. Für mich ist es ganz einfach so. Du machst es auch gerne. Also ich nehme Mehl. Ja. Was für ein Mehl? Das Glanzer. 480er. Glatt. Glatt ist ganz wichtig. Mehl, Milch, Eier, Zucker, Salz, Germes, Hefe, Hefe, Zitronenzeste. Da haben wir noch Pigment, Anis, Fenchel, das ist meine Art, wie man reinlegen macht und Butter. So, ich mache jetzt aber schnell mit Mörser, ein bisschen das Piment, ein bisschen Anis und die Fenchelsäume. Ist es besser, wenn es ein bisschen grober oder ein bisschen feiner? Nein, ein bisschen feiner soll es schon sein. Ja, ein bisschen was gespüren kann man schon im Teig drinnen. Okay. So, ein bisschen fertig bin ich auch alt. Ja, passt. Und da werden wir es einmal vorbereitet. Das duftet, das ist auch gut. Ja, so soll es ja sein. So, und das haben wir noch alles drinnen im Teig und den schlagen wir einmal auf und dann geht man in den Kühlschrank und lässt ihn arbeiten. So, und jetzt arbeiten wir an mir weiter. Ja. Glatt ist jetzt da eine? Ja. Wie viel? Ganz ein bisschen noch. Echt? Ach, da ist er drin. Komm. Dann machen wir nichts für die armen Leute. Was brauchst du? So, wir brauchen wir ein Kochleif zum Durchschlagen einmal. Bitte. Das ist schon vorbei. Geht schon weiter, oder? Passiert. Das passiert. Du kannst den halten, ja? Genau. Super. Aber normal müsstest du das tun und ich halt. Meine Schulter ist hin. Ich bin Sportler, irgendwas ist immer im Eimer. War das normal nicht die Maschine? Ja. Die hast du aber nicht Karin bei euch, oder? Nein. Dann bin ich beruhigt. Wenn er sich von der Schüssel löst, der Teig, dann ist das immer gut zu sein. Dann passt das. Dann hat er die. So, passt das? Und jetzt geht es wahrscheinlich mit der Form weiter, oder? Ja, jetzt tun wir es schon ausruhen. Warte, aber tun wir zuerst einmal in der Form. Ich habe das gern, wenn die Butter in der Form ein bisschen drinnen ist. Das gehört sowieso, eine Butter gehört rein, sonst löst er es ja nicht. Warte, mach ich das einmal ganz peinhart, oder? Das ist in Ordnung. Du tust da runter und tust... Ja. Oh, du hast aber eine gute Butter gemacht. Ja, du hast am Abend extra frische Bauernbutter. Super. So, damit das nicht gar so laut ist. Ja. Mehr Butter, mehr Geschmack, oder? So, ich kann ihn auch schon anfangen. Alles folgen, oder? Ja, du tust es aus. Du wirkst es einmal aus. Und ich, warte, will dir da helfen. Ich gebe dir aber erstmal ein bisschen Zucker da rein. Das muss ein bisschen besser aus, weil das bleibt ein bisschen. Echt? Ja. Das muss alles voll mit Butter sein. Ich mache noch weiter, dann helfe ich dir einmal da. Ein Fleisch auf Baden geht doch leichter. Ja. So, und jetzt muss ich dir irgendwas helfen, oder? Wollen? Müsst du wollen? Nein, ich komme mit der Schulter nicht. Außerdem will ich nicht. Ich bin Kuchen, kaum ein Botzer. Wie dick musst du sein? Ganz dünn. Ganz dünn? Ja. Wenn das ich mal morgen noch tun. Ja. Mit der kleinen, möchtest du dich daheim machen? Ja. Mit dem kleinen Unwohl. Ja. Das tun wir einen braven Ehemann. Die Barbara braucht bei uns einen ganz großen. Ja, Schatzi. Der große ist ja kaputt. Achso. Okay. Das sage ich aber an Erwin. Bist du noch mal? Ja. Ganz dünn. Das ist aber ganz schön viel. Ja, weil so ist es nicht. Spannst du mal beim Koch nicht. Und das, was wir heute wieder machen, dass da in der Küche ist nie der Koch, sondern dass da in der Küche sind immer die Nahrungsmittel. Und wir haben uns heute gedacht, so wie es gehört, von A bis Z, das heißt von den Bienenkernern über die Wollnusen, über die Butter, werden nur die besten Grundnahmsmittel verwendet. Was soll ich das so sagen? Du könntest eigentlich schon alles schneiden. Ja, schneiden tut ja gar nicht. Das geht automatisch. Dann kannst du das schon machen. Ja, das wird auch noch machen. Aber zuerst du jetzt noch einmal, was du gesagt hast, dass du ja da zu wenig Butter drinnen hast. Ja. Dann könntest du mehr Butter, mehr Fülle schon richten. Was die? Die Fülle schon richten. Ja, okay. Jeder will die Fülle richten. Jetzt bin ich gleich soweit. Ja. So, was jetzt an die Fülle angeht. Was wird bei uns normal für die Fülle verwendet? Also ich nehme Rosinen, Zimt, Zucker, Butter, Nelken, also Bitter. Piment ein bisschen rein. Das ist eigentlich traditionell. Okay. Rosinen. Rosinen sind überhaupt so wichtig. Ja, ohne Rosinen geht nichts. Rosinen. Was ist das Witzige? So viele Leute machen keine Rosinen. Meine Schwester auch nicht. Ich liebe Rosinen. Ich meine, zu meiner Zeit, ich meine, ich bin 62 Jahre alt, waren Rosinen einfach der totale Wahnsinn. Meine Schwester als fünf Jahre jünger, da war es schon normal. Aber das, was ich heute mache, ist die Luxusversion von Anrainling. Da kommen genauso eine Bienenkärner. Wenn Sie wissen wollen, was Bienenkärner kosten, dann geht es das nächste Mal zum Spar-Füller oder wo immer hin. Und dann werdet ihr einen Herzinfarkt kriegen, was die jetzt einfach am Preis haben. Dann kommen eine Walnüssen. Fülle machen wir reichlich, oder? Ja, du möchtest es gern. Aber man muss aufpassen, sonst mit Zügel drinnen geht er nicht so gern auf. So, was total unkippisch ist, Mandeln. Wir schöpfen heute aus den Folgen. So. Passt das ungefähr, Karin? Ja, das wird schon reichen. Ich zeig's euch einmal. So schaut das aus, was drinnen ist. Und ich werde das jetzt aber auch mal ein bisschen kleiner machen. Zu klein auch nicht, oder? Bei ein bisschen Biss, was wir noch haben. Echt? Ein bisschen Biss, kann ich sagen. Ach so. Ja. Passt das so? Ist das für die in Ordnung? Ein bisschen noch. So. Jetzt wird es passen. Warte, komm du mit denen einmal um, bitte. Dann mache ich den nächsten Teil. So, das haben wir jetzt alles drinnen. Jetzt wird es doch. Das wird ein richtiger Weihnachts-Reinling. Alle guten Sachen, was die gute oder die Verwandten daheim gefunden haben. Genau. So, dann gehen wir weiter. Dann kommt eine. Ein bisschen Biment. Nein, Biment hätte ich da schon das Pulver. Ja, tun wir trotzdem ein bisschen. Das ist noch zu viel. Ein zweiter. Ja. Das müssen wir sparen ein bisschen. Okay, dann nimmst du da einmal. Weißt du, frisch ist frisch. Das Pulver ist nie so gut. Ja, das stimmt schon. Deswegen müssen wir ein bisschen sparen, weil der hat schon Schärfe. So, jetzt haben wir einmal Biment brennen. Dann die Rosinen. Ja. Die kannst du auch so rausnehmen. Die Rosinen. Dann geh wieder. Ohne Zimt läuft gar nichts. Ja. Oh, die Rosinen. Die habe ich nebenbei vom slowenischen Kast. Sollt ihr mal nicht wissen, wo das slowenische Kast ist, wenn ihr von Udine nach Dresden fahrt. Auf der linken Seite, wo man normal nicht hinschaut, wo rechts das Meer ist. Da ist der italienische Kast und der slowenische Kast. Sehr zu empfehlen, dort ein paar Tage zu bleiben und Urlaub zu machen. So, wir haben jetzt den Zimt. So, Zimt. Dann fahrt ihr nochmal der Zucker. Reichlich, Zimtlich. Bitte. Zimt und Zucker und Butter fehlt noch. Zucker. Butterflocken. Butterflocken, also du musst das selber herabschneiden. Das nehme ich da, weil ich gleich einmal. Das riecht. Geruchsfernsehen, weil eigentlich der IWS-TV müsste man das Geruchsfernsehen einführen, weil es einfach dazugeherreit. Zitronenzeste ein bisschen rein. Wenn du willst, ja, ich tue es nicht. Zitronenzeste ist im Teig drinnen, aber wenn du es willst. Ja, ein bisschen tun wir rein. Gerade ein bisschen. Ein bisschen was Frisches dazu zum Zucker. Also das ist jetzt ein Reinling à la Wop. Jawohl. Aus dem Pordenschöpfen, so heißt es. Ja. So, da haben wir. Das haben wir drinnen. Wir können jetzt, da sind wir schon ziemlich weit. Ja. Jetzt will ich einmal das Bock reinschalten. Auf wie viel Grad? Das Bock reinschalten ich nicht gerne vorher ein. Das schalten ich erst ein, wenn ich ihn rein tue. Aber dann kann er noch einmal gehen, der Germteig, bis das aufhört. Das geht dann noch ein bisschen. Ja, das wird erwarten wir noch ein bisschen. Und nachher, ich tue es halt auf 180 Grad oben und unter der Hitze. Ich tue ihn gerne in die Mittelschicht rein. Ja. Und dann tue ich ihn, nach 20 Minuten tue ich ihn am Brot. Aber wenn ich da so rauf schaue, Diätküche ist das aber gar nicht, oder? Ja, schau uns zwei an. Wir brauchen das. Hat recht. So, und jetzt dann sind wir ihn ruhig. Ja. Ich bin das schon wieder vorbereitet. So klein geht das Ganze. Ja, aber jetzt kann ich es eh schon, denn wir sind schon fertig. 180 Grad, das muss aber ich kann. So, 100. Was ist denn, Unterhitze, Oberhitze? Ja, bei Unter- und Oberhitze. Unter- und Oberhitze, 180 Grad. Und so 45 Minuten. Okay. So, vielleicht muss ich mal kontrollieren, ob das so passt. So, das läuft schon einmal. Jetzt tue ich mir die Form da rauf. Ups. Die guten Sachen. Die guten Sachen verschwinden. Und die Ding, die Naht ist oben, oder? Ja, immer oben, sonst trinkt alles aus. Aha, deswegen. Da könnte man ein bisschen Butter raufittern. Das ist eh deine Butter, die du mich gebracht hast. Genau, brauche ich Butter, immer gut. Meine Tante hat immer gesagt, bloß nicht urrasen. Aber die alten Leute sind dazu gern bescheiden und dazu gern sparen. Und dabei macht das Leben viel mehr Spaß, wenn man was an vollen schöpfen kann. Genau. Sehr gut. Sieben Tage die Woche, sechs Tage arbeiten, sechs Tage gesparen und einen Tag lassen wir es uns gut gehen. Und das ist jetzt so das, was wir gemeinsam gemacht haben. Ist nicht so viel Arbeit, oder? Doch, wenn du es magst schon. Ja, dann geben wir das jetzt einmal 45 Minuten ins Bockhaar. Ja, genau. So, das passt. So, und was noch, was man jetzt hat, aber? 45 Minuten ist ungefähr so lang, als wenn man mit drei Jahren aufs Kreiskindl warten muss. Es dauert eben ewig. Aber Karin, jetzt holen wir den... Schau mal. So, Karin, jetzt hat er eine gute Farbe. Jetzt wird er ausangstürzt. Ja, passt. Tu mal jetzt bitte gleich da rein, weil es nicht verbrennt wirklich die Finger. Ja, und so schaut der Reinling aus. Aber Karin, wir haben jetzt auch da zwei verschiedene Formen. Die Form mit dem Loch drinnen und die Form. Was ist denn das eigentlich für ein Unterschied? Das ist eigentlich der richtige Reinling. Der wird nämlich in der Reine gemacht. Der heißt ja Reinling. Ja, das ist ein Reinling, ja. Der ist in einem kleinen Reinl gebrochen worden und der hat kein Loch. Und das ist eigentlich eine Gugelkopfform, ist kein Motor. Und ja, schaut auch schöner aus, der Reinling. Aber jetzt muss ich etwas anderes fragen. Früher oder teilweise wird ja statt der Butter noch immer Schweineschmalz verwendet, oder? Ja, ich kenne auch einige Beierende, die was mit Schweineschmalz reinlegen machen. Sagen Sie, ich werde noch flammiger. Ich habe es mal probiert, aber ja, ich mache lieber mit der Butter. Zeitgemäß ist es nicht mehr, aber ich glaube, eine gute Bauernbutter verstärkt das eben schöner und hat nicht nur viel Kalorien, sondern wenn schon Kalorien, dann müssen es gescheite, geschmackliche Kalorien sein. Ja. So kann ich jetzt das Folgendes. Das, was wir mit mir da haben, ist der Reinling. Das, was zum Beispiel die Italiener haben und die Slowenen, das ist der Pohaccia, der Focaccia, eben bei uns ist es der Reinling oder das Warzen oder was auch immer. Und dann gibt es ja bei der Italiener nach, für alle, Festtag, den sogenannten Panettone. Über den reden wir dann gleich anschließend. Aber wir reden uns jetzt noch einmal in unseren Reinling. Ich würde es auch bitten, unser Thema ist ja immer, oder ist jetzt, Kuchen und Schnaps. Das Hauptthema ist natürlich Schnaps, sprich Beerdosen. Schneid mal da bitte jetzt einmal drei, vier schöne Stückchen runter, die wir dann auf die vorbereiteten Teller runter tun. Jetzt schauen wir mal, wie er geworden ist. Oh, super. Und du wolltest weniger rein tun? Ja. Ich möchte Geschmack. Ja, geht den auch nicht auf, wenn man zu wenig hat. Das habe ich ja schon alles probiert. Ja, da musst du halt mehr Gerben rein tun. Irgendwie muss man sich zum Helfen wissen. Ja. Aber das ist perfekt. Karin, das ist für mich Reinling und nicht eben, wo man jedes Weinballe auserzeugen kann. Ja, perfekt. Danke. So, dann tun wir den nochmal runter. Oder tun wir die Bretter gleich weg. Tun wir das zusammenkriegen auch schon wieder ein bisschen. Nehmen wir das auch noch. So, und jetzt? Tun wir es uns einmal da her. Machen wir ein bisschen Platz. Und richtig, richtig gut schmeckt ein Reinling, wenn man den Reinling besoffen macht. Das ist dein Teil jetzt, oder? Natürlich auch die Reinlingmacherin. So, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, den Reinling zu beträufeln, den Reinling zu tränken. Sehr gut passt dazu zum Beispiel Aromen. Sehr gut passt dazu ein Steinobst-Destillat. Sehr gut passt dazu ein Weinbrand. Kann auch das Beste sein, natürlich. Und sehr gut dazu passt auch ein Paris-Ausgebauter-Cuvée, beziehungsweise irgendetwas, was eben mit Trauben zu tun hat. Und am einfachsten ist jetzt einfach, da sollte man natürlich nicht zu viel, ein bisschen was drüber tun. Einmal. So, da haben wir das Modell Cuvée. Da haben wir das Modell Wein gebrannt. Ein bisschen mehr gehört schon, weil der Tag saugt, ja. Eigentlich gehört der Tag trockener gemacht, weil dann saugt er mehr. Da haben wir das Modell Steinobst. Glaubst du mir eins? Beim Beträufeln verdunstet der Alkohol schon fast. Man kann ruhig mehr raufentunnen. Und da haben wir das Modell gestatten. Rum. Normalerweise werden ja die Rosinen immer in Rum getränkt, aber wir machen es im Nachhinein. So, Kain, welches Modell hast du es gern zum Probieren? Rum. 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 So, da ist einmal der Rum. So, machen wir einen Wechsel. Gibst du mir den Vob de Bianco oder Vob de Nero von uns. Ist eine Weinhefe, sprich Gelögerbrannt, mit Apfelparig verschnitten. Ich habe ehrlich gesagt lieber zu so Sachen holzfass ausgebaute Produkte, holzfass ausgebaute Produkte. So, Kain, jetzt fangen wir mal vielleicht zum Brusten an. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich werde in Zukunft mit dir mehr kochen, weil dann kann ich mehr blöd reden und du arbeitest. Das nennt man dann Arbeitsteilung. Also gesundheit einmal. Gerne. Gesundheit. So, das schmeckt. Und jetzt Kain, ein kleines Stückchen einmal mit der Fille. Wir sagen ja Fille. Och, und das probieren wir jetzt einmal. Das ist totaler Wahnsinn. Ist das jetzt zu wenig Fügel oder zu wenig Schnaps? Passt genau. Oder passt die Harmonie? Passt genau. Mache, das schmeckt. Mache, bitte, bitte. Mache, ganz was anderes. Wenn ihr wissen wollt, wie man so Sachen macht, teilweise ist es in meinem Büchel drinnen, die Kunst ist auch in Bosnus. Aber auf unserer Webseite, IWS TV, findet ihr Ideen, findet ihr die Kontaktadresse, wenn ihr was wissen wollt, findet ihr Rezepte. So, das haben wir jetzt. Und Karin, der Panettone, der Panettone ist ja wirklich was Tolles, nur der Panettone ist halt ein Produkt, der geht bis Süditalien, in Süditalien fangen sie schon im Sommer zu produzieren und für Weihnachten und für die heiligen Tag, die wir im Jahr haben. Dann kostet der Panettone auf der Autobahnstation oder wo immer sie bis 10 Euro, aber immerhin Lebensmittel, die, die wertvoll sind, haben einen Preis. Ein perfekter Panettone, so wie der kostet, bei den 40 Euro, ist einfach zum Empfehlen und ist perfekt. Und so, wie wir das jetzt mit dem Rheinling, mit dem Wurzeln mehr oder weniger gemacht haben, so macht man das dann auch mit dem Panettone. Ein Stück herunterschneiden und dann das Ganze wieder so genießen. Darf ich aufmachen als Weihnachtsgeschenk? Nein, das ist für Weihnachten für dich. Alles Gute, Mund ist voll. Ich habe mir gesagt, für alle heiligen Zeiten ist man eben ein Reinling oder ein Wurzeln. Wie das zu machen ist, wisst ihr jetzt. Auf Inside World Spirits, auf der Webseite, findet ihr die Rezepte, genauso auf YouTube findet ihr uns, in unserem Channel. Wenn sie uns weiter empfiehlt, hat man sich auch freuen. Und wenn das gescheit angenommen wird, kann ich die Karin sicher motivieren, dass wir wieder eine weitere Folge machen, oder? Ja. Also Karin, danke fürs Hilfen. Gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Aber glaubst mir eins, kochen ist bei uns nie eine trockene Angelegenheit. Prost. 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 Vielen Dank.